Es gibt brisante Neuigkeiten im Falle Maximilian Krah und seinem ehemaligen Mitarbeiter, der ja angeblich für die chinesische Regierung spioniert haben soll. Wir haben ja bereits vor zwei Tagen gewusst, in meinem ersten Beitrag, dass sich Xiang Ge, dieser angebliche Spion, bereits vor langer, langer Zeit einmal den deutschen Behörden als Informant und als Quelle angeboten hat. Was wir damals, also vor zwei Tagen, noch nicht gewusst haben, dass er tatsächlich auch für die deutschen Behörden gearbeitet hat. Das hat sich nun nämlich herausgestellt. Yang Ge hat sich beim Bundesnachrichtendienst beworben oder angeboten als Quelle und wurde dann aber verwiesen auf den sächsischen Verfassungsschutz. Und in den Jahren 2007 bis 2018, also eine ordentliche Zeit lang, war er tatsächlich V-Mann, also Informant für den sächsischen Verfassungsschutz. Das ist ein Megaknaller. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, in was für einem Zusammenhang steht das nun alles mit dieser riesigen Hetz- und Diffamierungskampagne gegenüber Maximilian Krah. Wir haben uns ja auch schon im letzten Beitrag zu diesem Thema gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass jemand so lange Mitarbeiter eines Politikers des Europaparlaments sein kann, ohne dass der Verfassungsschutz oder der Bundesnachrichtendienst einmal an diesen Politiker herantritt und sagt, hey, pass auf, wir haben diesen Mitarbeiter schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Schirm und beobachten ihn und da könnte einiges nicht stimmen. Damals haben wir, also vor zwei Tagen haben wir uns das noch damit erklärt, dass halt einfach die AfD nicht gerade in guter Gunst steht mit dem aktuellen Verfassungsschutz und dem aktuellen BND und man deshalb Maximilian Krah nicht davor gewarnt hat, was da wirklich vor sich geht. Jetzt allerdings, wo man weiß, dass Yang G. auch für den Verfassungsschutz gearbeitet hat, wirft das natürlich ein gänzlich anderes Licht auf diese gesamte Situation. Dazu noch ein paar Details. Im Jahre 2007 soll also der sächsische Verfassungsschutz an Yang G. herangetreten sein, also ganz proaktiv aufgrund des Hinweises des BNDs, wo sich Yang G. ja davor angeboten hat als Quelle und seitdem soll dann Yang G. als Informant für den Verfassungsschutz gearbeitet haben, man soll ihm aber keine aktiven Aufträge gegeben haben, sondern er wäre nur eine Quelle gewesen. Wie akkurat es diese Informationen sind im Nachhinein, wer weiß das schon, es handelt sich hier immerhin um einen durchaus politisch motivierten Verfassungsschutz und um Nachrichtendienste. Also da muss man schon noch einmal doppelt vorsichtig sein, welche Informationen hier noch einmal zurückgehalten werden. Auch ganz interessant ist, dass Yang G. auch schon in den Jahren davor, bevor er für Maximilian Krah gearbeitet hat, dann durchaus auch kritisch auf dem Radar des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes war. Denn auch damals hat man schon vermutet, dass er vielleicht ein Doppelagent sein könnte, also absolutes Agentenspiel hier, und dass er vielleicht doch für die chinesische Regierung arbeiten könnte und in Wirklichkeit gar nicht für den Verfassungsschutz arbeitet, also hier ein abgekartetes Spiel spielt auf gut Deutsch. Aufgrund dieses Verdachtes hin also, hat ihn dann der Verfassungsschutz in den Jahren 2015 und 2016 beobachtet. Und da war es nicht nur der sächsische Verfassungsschutz, sondern auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Ganze wurde dann beendet mit einer konfrontativen Befragung, wo man also herausfinden wollte, ob er denn ein Spitzel sei, ein Doppelagent sei. Und dabei ist allerdings nichts herausgekommen. Und jetzt kommt, trotz dieser gesamten Unsicherheiten und dieses Verdachts, war er noch bis zum August 2018 ein Informant für den sächsischen Verfassungsschutz. Und das Interessante ist, Hange ist seit dem Jahr 2019 Mitarbeiter von Maximilian Krah. Er war also noch bis kurz vor seiner Anstellung bei Maximilian Krah Informant des sächsischen Verfassungsschutzes. Das wirft natürlich Fragen auf. Handelt es sich hier generell um eine gesamte Maulwurf-Aktion, wäre ja nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Denn wir alle wissen, gerade V-Männer, Verfassungsschutzmitarbeiter, dürfen sich ziemlich viel erlauben, um die politische Opposition zu diskreditieren. Man kennt das ja gerade aus dem Osten in Deutschland nur allzu gut, dass da sich V-Männer in die Menge von zum Beispiel Demonstrationen mischen und sich dann dementsprechend aufführen, nur damit man dann gewisse Bilder schaffen kann für die Medien, wo es dann wieder heißt, oh, da seien so viele Rechtsradikale unterwegs zum Beispiel. All das sind ja auch Skandale der Vergangenheit, wo das immer wieder aufgezeigt wurde, oh, das waren in Wirklichkeit Verfassungsschutzmitarbeiter, die sich dort so aufgeführt haben, das waren Maulwürfe. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass das wirklich so ist. Ich sage nur, ist es so abwegig, weil diese zeitliche Komponente so kurz aufeinander folgt? Und selbst wenn dem nicht so war, warum hat der Verfassungsschutz Maximilian Krah nicht darauf aufmerksam gemacht? Warum hat der BND Maximilian Krah nicht darauf aufmerksam gemacht? Man wusste ja, wie man jetzt herausbekommen hat, unfassbar viel über Jan G. Er war Verfassungsschutzspitzel. Er war des Öfteren auf dem Bildschirm des Nachrichtendienstes, des Verfassungsschutzes. Jeder dort wusste quasi, wer diese Person ist. Das war ja nicht irgendjemand, den man nur ganz kurz auf dem Schirm hatte. Der war über ein Jahrzehnt in ganz, ganz engem Kontakt mit den deutschen Behörden und trotzdem hat es niemand für notwendig empfunden, Maximilian Krah darüber zu informieren. Also egal, wie man das Ganze spinnt, egal, wie man das Ganze dreht, es ist ein Riesenskandal des Bundesnachrichtendienstes. Und die Frage ist auch, und da können wir natürlich unsere Fantasien in die Unendlichkeit treiben lassen, beschäftigt die Bundesregierung, beabsichtigt chinesische Spione, ist dann also hier wirklich die AfD in Verantwortung zu ziehen, weil trotz dieser Ausfragen 2015 und 2016, trotz dieses Verdachts, wurde er weiterhin als Quelle über zwei Jahre lang verwendet. Also wo ist dann hier der eigentliche Skandal? Der liegt ja wohl eher bei den Bundesbehörden und beim sächsischen Verfassungsschutz. Und wer jetzt abschließend sich erhofft hat, dass es dazu schon eine Stellungnahme gibt, da muss ich leider enttäuschen, denn der sächsische Verfassungsschutz kommentiert diesen Fall nicht, denn man äußere sich aus Gründen des Geheimschutzes öffentlich grundsätzlich nicht, zur eigenen Arbeitsweise und zum Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Na, eh klar. Also bleibt alles bei der Gradiffamierung, obwohl der wahre Skandal bei den Verantwortlichen in den Behörden und bei der damaligen Regierung liegt. Man kann also sagen, dieser gesamte Skandal rund um diesen angeblichen chinesischen Spion, der hat sich um 180 Grad gedreht und es ist absolut kein Skandal der AfD mehr. Die haben sich mit der ganzen Aktion wieder mal ordentlich ins Knie geschossen. Es sieht nämlich genau andersherum aus und ganz offensichtlich ist Maximilian Kran ein riesiges Opfer dieser ganzen Aktion geworden. Und ganz ehrlich, wirklich verwunderlich ist das nicht, aber es hat nur zwei Tage gebraucht, damit diese gesamte Story eine riesen Wende hinlegt. Jetzt würde mich von euch interessieren, was sagt ihr zu diesen Wahnsinns-Enthüllungen eigentlich und denkt ihr, es wird irgendwelche Konsequenzen geben oder wird man das auch im Öffentlich-Rechtlichen oder generell in den Mainstream-Medien dann auch einmal korrekt in die richtige Richtung berichten, nämlich, dass das nichts mit der AfD zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, die AfD hier eher das Opfer ist. Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben und auch noch generell so eure Meinung zum aktuellen Vorgehen des Verfassungsschutzes. Ich glaube, da gibt es einiges zu berichten und auch einiges an Meinung kundzutun, weil was hier passiert, das hat mit einer rechtsstaatlichen, demokratischen Vorgehensweise nichts mehr zu tun. Ich wünsche euch vielmals Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut auch unbedingt bei Telegram vorbei. Da steppt der Bär. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.